Gemütliches Beisammensein eines sozialistischen Kollektivs. Unter ihnen Kollege Herbert B. Sehr lustig und ausgelassen. Doch die Kollegen kennen ihn auch anders. Ohne Kontakt, voller Spannungen, unzufrieden. Er hält nicht viel von Pünktlichkeit, von Offenheit und Ehrlichkeit. Und sozialistische Moral missachtet er, ist ihm egal. Spannungen aus ungelösten zwischenmenschlichen Konflikten führen zu Störungen im emotionalen und vegetativen Bereich und möglicherweise zu Organerkrankungen. Mit deiner Haltung liegst du schief. Du festigst nicht das Kollektiv. Versuch ein bisschen weit zu sehen. Dann wirst du nicht allein dastehen. Denke dran, Gesundheit liegt auch in deiner Hand.